Zu Besuch bei Daisy und ihrem Pflegepapa Josef Kitzinger. Hier erholt sich die kleine Malteser-Hündin und zeigt gleich, wer die Herrin im Haus ist. Sie schaut jetzt seit ungefähr vier Wochen das hier als ihr neues Zuhause an, also wenn die Hausglocken läutet, meldet sie und möchte natürlich immer die Erste sein, die an der Haustür steht und den Besucher empfängt. Kaum zu glauben, dass Daisy mehr tot als lebendig war, als sie hierher kam. Der ausgemergelte Hund auf dem Foto hat nichts mit dem von heute zu tun. Nicht zu sehen eine gebrochene Vorderpfote, Blutergüsse am ganzen Körper und erhebliche innere Verletzungen. Der Grund, Daisy wurde aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses geworfen. Es war natürlich schon eine Überlegung, ist es zum Wohle des Tieres, die in diesem Zustand weiter zu behandeln, aber die Daisy war wirklich eine große Kämpferin. Sie hat sich jeden Tag weiter vorgearbeitet und man hat auch gesehen bei ihren Ausfallserscheinungen, dass sie jeden Tag ein bisschen besser wurden und aufgrund dessen haben wir dann das Einschleifen, was ich mir mehrmals überlegt hatte, immer wieder verschoben. Seit gut vier Wochen ist Daisy bei Josef Kitzinger, auf Reha quasi. Er ist nämlich der Arzt, der Daisy erst versorgt hat. Seitdem päppelt er sie auf. Die linke Vorderpfote hat einen komplizierten Bruch. Sie wird die Pfote nie ganz so massiv belasten können wie die andere Pfote, aber sie kann damit gut laufen und kommt, wie Sie gesehen haben, sehr gut damit zurecht. Ein bisschen hinkt sie zwar noch, sonst geht's Daisy aber wieder ganz gut. Sie liebt alles, was Hunde gerne machen, den Garten erforschen, Leckerlis naschen, Stöckchen zerbeißen und am allermeisten sich vom Pflegepapa den Bauch kraulen lassen. Und das heißt Untertitelung des ZDF, 2020